Hi, wir sind Katharina, Martin, Christian, Philipp und Celia aus der Unikommunikation und dem Forschungsservice der Leuphana. Wir nutzen die Chancen der neuen Medien erfolgreich für Social Recruiting, Social Relationship und Mobile Marketing. Für den Community Prize haben wir uns angeschaut, was in 60 Sekunden Web alles passiert. 2,5 Millionen Snaps auf Snapchat, 4,1 Millionen Suchanfragen auf Google, 1,3 Millionen Logins in Facebook, 29 Millionen Textnachrichten über WhatsApp, 4,7 Millionen Video Views auf YouTube und 6,9 Millionen geteilte Bilder über Giphy. Aber Moment, was ist eigentlich Giphy? Die Idee hinter den Gips, kurz für Graphics Interchange Format, ist es, den User einen einmaligen visuellen Moment zu schaffen. Die Plattform Giphy ist mit täglich 10 Milliarden geteilten Bildern die führende Suchmaschine für Shortform Entertainment. Sie gehört unabhängig von TikTok und Instagram zu den Megatrends im Online-Marketing 2021. Seit dem Kauf durch Facebook ist Giphy aus der Smartphone- und Social-Media-Kommunikation nicht mehr wegzudenken. Durch die Integration in soziale Netzwerke, führende Apps und Messenger-Dienste hat nahezu jeder Giphy auf dem Smartphone. Wer allerdings denkt, dass Gips nur als Cat-Content in Foren und Facebook-Kommentare gehören, wird sich gewaltig. Wir haben einen University-Giphy-Check durchgeführt und festgestellt, keine deutsche Uni nutzt Giphy. Aber weltweit gibt es erste Best-Practice-Beispiele von Universitäten und Forschungseinrichtungen. Gips im Forschungsmarketing geben den EmpfängerInnen mehr zu sehen und mehr Interaktion als ein Bild. Sie machen weniger Arbeit und sind günstiger als produzierte Videos. Das qualifiziert sie zu einem genialen Low-Budget-Marketing-Instrument im internationalen Recruiting. Wir haben uns für das Pull-Marketing mit Giphy entschieden, um neue Ansätze im internationalen Forschungsmarketing auszuprobieren. Ein erster Test von uns zeigt, dass es funktioniert. Verschickt ihr eigentlich noch Weihnachtskarten? Unser Giphy-Weihnachtsbaum ging bereits 710.000 Mal digital um die Welt. Wir wollen als erste deutsche Uni einen Giphy-Brand-Channel erstellen, wissenschaftliche Animationen als Giphy mit Leuphaner Forschungsergebnissen präsentieren, die Brand-Awareness mit Gifs zu People, Campusleben, Forschung, Tradition und Ausstattung in Lüneburg stärken und Gif-Sticker als 3D-Animationen zur Etablierung einer Leuphaner Brand-Culture entwickeln. Long story short, was ist jetzt eigentlich Pull-Marketing mit Giphy? Wir kommunizieren nicht via Push, sondern stellen professionellen Giphy-Content über den ersten verifizierten Giphy-Uni-Brand-Channel der Leuphaner Community zur Verfügung. Und was habt ihr davon? Wir testen, monitoren und evaluieren unsere Gip-Aktionen. Mit der Förderung durch den Community-Price könnt ihr unsere Ergebnisse auch für euer Uni-Marketing nutzen.